hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge let's play minecraft in der letzten folge haben wir ja langsam beziehungsweise sind langsam damit fertig geworden unser haus beziehungsweise unser dach fertig zu stellen und ja da uns ja leider noch etwas fehlt und hoch kommst du denn jetzt her weg weg so jetzt rennen hier die schafe schon wieder rum kommen denn die hier raus hallo ich habe doch hier alles zugemacht wieso lauft ihr hier rum wollt ihr mich eher kommen tut mir leid schafe aber es muss sein so ja wir wollen jetzt natürlich brauchen wir noch nicht für unsere unser dach hier wollte ich ja noch ein bisschen ausleuchten das werde ich dann doch auch ausleuchten so wie ich mir überlegt habe aber es wird nicht so einfach werden wie ich mir das vorstelle denn wir brauchen sehr viel wir werden jetzt sehr viel sachen brauchen zum beispiel werden mir jetzt die diamantenspitze gebrauchen werden natürlich die eimer gebrauchen und werden mal gucken können wir hier vielleicht noch mal können ja wir können auf jeden fall noch eine kiste craften beziehungsweise mehrere kisten wir tun das gleich durchziehen so zack 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 so sieben kisten reichen voll und ganz so wieder ein bisschen übertrieben aber hey macht er nicht so denn wir brauchen auf jeden fall sehr viel platz zack 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 passt doch hier kann man hier noch ja genauso zack zack hier werden wir jetzt erstmal alles unnützes zeug was man nicht mehr brauchen werden mir jetzt hier reinsetzen, so. Fleisch, das kann man brutzeln, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Dann nehmen wir die weg, das Schwert, nehmen wir das, so weg, 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 weg. Denn wie gesagt, wir brauchen jetzt relativ viel Platz für die Eimerschen, weil mit den Eimern könnt ihr euch auch wahrscheinlich schon vorstellen, was ich vorhabe. Etwas wunderschönes, finde ich zumindest, weil wir nun endlich dazu kommen, es in die Tat umzusetzen, wenn alles funktioniert. So, jetzt suchen wir uns erstmal einen schönen Platz, hallo, was ist das jetzt hier, irgendwo muss doch hier ein Loch sein, hab ich hier irgendwo ein Loch gelassen? Also ich verstehe nicht, woher die Schafe kommen. So rennt die hier rum, das ist merkwürdig. So, ich springe jetzt hier einfach mal in Höhe. Ach, was soll es, soll es halt so sein, dass die hier alle rumrennen, was soll es, soll mich jetzt nicht stören, ich muss wichtigere Sachen erledigen. So, misst nichts zu essen am Starten, natürlich. Kann man natürlich gleich wieder super Einsatz machen. Wofür baue ich denn das, wenn die hier überall rumrennen? Könnte man hier unten, ja, das sieht gut aus. Ich werde das hier erstmal ein bisschen freiräumen. So, das ist auch frei hier noch ein bisschen. So, bis dahin ungefähr. So, ne, müsste ja glaube ich... Passt das jetzt? Oder ist das eins zu viel? Ah, ok, bis hierher geht's, da ist das eine zu viel. So, weg damit. Ja, das ist natürlich wieder sehr super, wie ich das jetzt hier verproziert habe. So, natürlich muss ich noch ein bisschen weiter runter puddeln, denn wir brauchen Steine für den Untergrund. So, lasst mich hier rein. Ok, gut, das sieht fast gut aus, aber nur... Ach, hier haben wir, hier haben wir die Werkbank, genau, hier haben wir die Werkbank. Ja, Vorbereitungen treffen ist immer schwer, die Planung vor allem. Wenn man mal etwas plant, dann ist das immer schwer, es in die Tat umzusetzen. Hier hat man nichts mehr, hat man hier noch irgendwas? Äh, nö. Sehr gut. So, jetzt rennen bestimmt gleich wieder hier 10.000 Schafe rum, die... Ja. Ein weißes Schaf, das ist gut, das können wir dann eigentlich einsammeln. So, die Höhe passt überein. Das mache ich jetzt hier erst mal dicht. So, na, das wird auch dicht gemacht, damit wir einen bestimmten Abstand haben. Und was ich jetzt mache, kann sehr gefährlich werden, sehr brenzlig werden. Aber Vorbereitung ist alles. Und deswegen mache ich das jetzt hier direkt vor unserem Haus. Weil ich glaube, hier dürfte eigentlich relativ wenig passieren. So, Schere haben wir jetzt nicht mit am Start, die können wir ja gleich mal holen. Haben wir hier natürlich auch nicht. Ach, das ist doch alles. Ach, Mann. So, 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 so. Hm, können wir mal das hier so, ne? Dann machen wir das hier so. Und dann machen wir das hier so. Das so. 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 Zeiung. Das war Husti. Husti, Husti. So, so. So. So, na, ihr könnt es euch sicherlich schon vorstellen, was das hier werden soll. Denn ich möchte ja, wie gesagt, das Dach vollenden. Aber um das zu vollenden, brauche ich bestimmte Mittel. Diese Mittel finde ich allerdings nicht hier. Also nicht, zumindest nicht hier in der Gegend. Würde ich schon finden, aber ich glaube, das bräuchte dann schon ein bisschen längere Suchzeit. Mehr Zeit zum Suchen. Deswegen mache ich das jetzt hier einfach mal zack, zack, ne? So. Ah, das sieht doch, ey, das ist doch hervorragend. So, hepp. Gut, und was brauchen wir jetzt hier? Jetzt müssen wir erstmal nach einer riesengroßen Lavastelle suchen. Ja, Lavastelle. Und ich hätte schwören können, hier gab es irgendwo mal eine. Wir haben zehn Eimer, da können wir eigentlich hier so zack, zack, zack schon mal das Wasser vorbereiten. Brauchen eigentlich nicht so viel Wasser. Ich glaube, die 16 Eimer müssten sogar reichen. Ach, hier, guckt mal, hier haben wir Lava in Hülle und Fülle. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, kann ich hier nochmal? Zack, zack, zack. Oh, kein Platz mehr. Na gut, dann, wie viel haben wir? Ah, sieht gut aus. Ja, das müsste auf jeden Fall reichen. So, hepp. Und bis jetzt sieht es gut aus. Wir haben keinen Besuch von irgendwelchen Creepern. Keine Monster sind hier am Start. Das ist doch alles super. Da können wir jetzt hier loslegen. So, müssen wir halt bloß alles erstmal ein bisschen umtransferieren. Zack, 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 zack. So, zacki. Na, komm her. Zack, 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 zack und zack. So. Also, fangen wir mal an. Eins. Nein. Das möchte ich natürlich vermeiden, dass genau das passiert. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Oh Gott. So. 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 Ne? So, 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 so. Okay, wunderbar. So. Boah. Boah, sehr gut. Es hat gereicht. Ob es jetzt von der Menge her gereicht hat, ich weiß es nicht. Ich werde mal probieren, ob es... Na, das sieht doch... Oh, es wird dunkel. Hm. Na, das sieht doch gut aus, ne? Also, ihr wisst jetzt, was ich vorhabe. Man sieht es schon. Und wie viel haben wir denn? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Dreizehn haben wir. Uns fehlt noch eins. Oh, da ist schon wieder der Herr Enderman. Da kommt auch jedes Mal uns zu besuchen. Ich hoffe mal, er klaut uns nichts. Und ja, gut, wir haben ein bisschen viel Wasser mitgenommen, aber hey. Oh Gott. Wenn ich den da sehe, ne? Also echt mal, da kriege ich ja schon wieder da... Da behalte ich lieber mal mein Schwert in der Hand. Und werde jetzt erstmal gemütlich hier weiterlaufen. Weiterlaufen. Lalalala. Hallo Skelett. Du bist so auf den Kopf. Komm her. Oh. One Hit. Jawoll. Sehr schön. Ja, One Hit. Es war jetzt nur, weil er schon gebrannt hatte, garantiert. Deswegen war es ein leichtes, ihn zu erledigen. Haha. So, jetzt brauchen wir nochmal Lava. Lava, Lava, Lava. Sehr schön. Ein Eimer Lava. Boah. Psch. Hat es gemacht. Natürlich ganz vorsichtig damit umgehen, weil ich habe keinen Bock, wenn mir hier irgendwas abbrennt. Also ein kleiner Fehler und uns könnte hier das ganze Haus wegbrennen. Das habe ich schon mal in einer Testaufnahme probiert. Das war relativ lustig. Aber im Let's Play würde ich es nicht gerne machen. So. Sehr gut. Wasser weg. Und ja, jetzt beginnt natürlich erstmal das lange Hacken, denn diese Neta-Steine, äh, dieses Obsidian ist knallhot. Deswegen müssen wir jetzt wirklich erstmal hier dran rumsemmeln. So. Und wir brauchen 14 Stück. Ich habe da extra nochmal nachgelesen. Was war das? Ja, okay. So. Den Umkreis mache ich jetzt auch mal weg. Wir haben jetzt zwei Stück. Das dauert jetzt eine Weile. Schnausch, schnausch, schnausch. So. Ja. Es geht halt leider nicht schneller. Ich weiß nicht, ob man irgendwie irgendwas machen kann, damit das, damit die Spitzhacke besser wird. Aber das ist ja eigentlich schon die Plus-Ultra. Also das ist ja schon die beste Diamantenspitzhacke, die man haben kann. Eine bessere gibt es ja nicht. Die was weiß ich, das Zeug mit Elmschlag hier wegmachen kann. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. So. Hieraus können wir dann natürlich eine Art, ja, Schwimmbecken machen. Oder bestimmt auch gut aussehen, wenn wir das hier alles mit Wasser dann zuschütten. Oder was anderes damit machen. Könnt ihr ja dann mal in die Kommentare schreiben, was wir mit dem Loch dann anfangen können. Aber zuerst ist es halt jetzt wirklich nur dafür gedacht, um das Obsidian herzustellen. Wir hämmern uns hier dumm und dämlich. Ich weiß noch nicht mal, ob das wirklich reicht. Oh Gott, was habe ich mir dabei gedacht. Doch, das reicht auf jeden Fall. Sehr gut. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ich finde es gut, dass wir gerade keinen Hunger kriegen. Normalerweise müssten wir eigentlich Hunger kriegen. Ich muss es jetzt erstmal kurz hier so ein bisschen ordentlicher machen. Wir haben einen Knochen. Ist ja kein Wunder. Warum haben wir einen Knochen? Weil wir ein Skelett hatten. Dass wir mit einem One-Hit erledigt hatten, war auch nicht schlecht. So. Es gibt natürlich nur einen Grund, warum ich in die Höhle möchte. Beziehungsweise in den Neter. Ich weiß aber nicht, ob die Framerate mitmacht. Also es kann sein, dass uns dann nachher das Ganze abschmiert. Weil im Neter ist da immer irgendwie ein bisschen, naja, der Wurm drin. Und ich war in der Zeit noch nicht im Neter und konnte testen, ob das alles läuft. Deswegen. Ah, 50-50 Chance. So. Ja, jetzt haben wir hier erstmal das Loch. Haben wir erstmal gemacht. Jetzt können wir das ja relativ zubauen. Und da werden wir dann auch das Portal hinbauen. Vorerst natürlich. Falls wir in den Neter reinkommen und falls wir jemals wieder rauskommen. Ich hoffe mal nicht, dass wir uns verlaufen. Mir ist das schon mal so passiert, dass ich ein Portal hatte. Hab es gebaut und bin dann, das Lustige war irgendwie, ich bin dann wo ganz woanders rausgekommen. Und, naja, dann war ich in einer ganz anderen Gegend und musste mich erstmal irgendwo zurechtfinden. Und hatte mein Haus nicht mehr gefunden. Das war dann nicht so schön. Ähm, ja. So. Ähm, 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 eins, zwei, drei, vier, ne? Müsste das so? Oder, ne, fünf. Eins, zwei. Oh, das war, das war blöd. Tut mir leid, jetzt müssen wir das natürlich alles nochmal abmachen. Ach, Mann. Es gibt natürlich auch eine einfache Variante, ein Neter-Portal zu bauen. Oh, eine Höhle. Aber ich möchte natürlich die etwas größere Variante nutzen, da wir wie gesagt 14, 14 Obsidian haben, würde ich gern die größere Variante nutzen. Es gibt natürlich noch ein, ein riesen Neter-Portal, das habe ich irgendwo mal im Internet gesehen. Das ist so groß, das ist ja, äh, was weiß ich, die ganze Landschaft wird davon fast eingehüllt. Und da brauchen wir bestimmt da dreifache oder so an Obsidian, als wir jetzt schon haben. Weil ich glaube für eins alleine, für eine Seite schon brauchen wir 14, wenn nicht sogar mehr. Aber wir bauen erstmal, wie gesagt, die einfache Variante. Also die etwas einfache Variante. So, wir haben das ja jetzt bis hierher gebaut, also größenmäßig. Dann muss ich wohl oder übel dann doch nochmal hier so ein bisschen. Ja, muss ich es doch nochmal hier so ein bisschen beiräumen. Oh, da ich auch nicht weiß, wie... Gut, hier könnte es hin passen. Eins, zwei... Nein! Verdammt. Ja, das wäre jetzt ein Neter, was wir auf den Boden stellen könnten, aber... Das möchte ich nicht. Äh, ein Portal, das wir auf den Boden stellen. So, eins, zwei, drei, vier... Fünf... Eins, zwei, drei... Eins, zwei, drei... Eins, zwei, drei... Autsch, zwei, drei... Ähm, ja, das sieht jetzt aus wie ein Fenster. Ich hoffe mal, es funktioniert jetzt schon. Oh Gott, das sieht schon etwas creepy aus. Wie, wie hier, ähm... Wir haben es total vermasselt. Wenn es nicht klappt, dann... Dammit. Okay. Okay, wir haben es leider noch nicht hingekriegt. Oh Gott, ey, ist das schlecht. So. Ich mache es jetzt anders. Ich nehme jetzt hier einfach weg. Und das nehmen wir auch noch weg. So. Ich werde das jetzt einfach nochmal um eins erhöhen. Hätte ich mir da nochmal angeguckt, wie man das genau baut von der Reihenfolge her. Oh mein Gott. Naja, es ist halt schon eine Weile her, dass ich sowas gebaut habe. Muss man verstehen. Hoffentlich. So. So. Ah, Gott, 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 Gott. So. So, okay, jetzt bauen wir einfach hier nochmal eins hin. Und hier nochmal eins hin. Die Höhe ist jetzt sehr gut. Relativ gut, ne. Drei Neta-Steine haben wir wieder. Äh, Obsidian. Warum sage ich immer Neta? Neta kriegen wir doch erst später. So, und jetzt probiere ich es mal. Jawohl. Es hat geklappt, liebe Freunde. Es hat geklappt. Wir haben ein Portal gebaut. Ein Portal zum Neta. Was ich natürlich dran lustig finden würde, wenn... Oh Gott, das Portal sieht ein bisschen komisch aus, aber es passt. Ähm, was wollte ich sagen? Ja. Was sehr interessant wäre, wenn aus diesem Portal auf einmal irgendwelche, ähm, Gestalten rauskommen. Irgendwelche Monster. Das wäre schon sehr lustig. Wir können das natürlich noch etwas zubauen. Was weiß ich hier, so ein bisschen... So. Damit wir hier erstmal eine Ladung Wasser hinmachen können. Zack. Zack. Weil wir haben ja so viel Wasser jetzt am Start, das kann erstmal alles weg. So. So. Eine Runde Wasser für jeden. So. So. Muss jetzt nicht perfekt aussehen. Es geht halt wirklich nur darum, dass wir das Wasser erstmal loskriegen. Okay. Und als nächstes müssen wir erstmal uns ein bisschen Nahrung. Kammer 40, haben wir. Sehr gut. Und müssen erstmal noch ein paar Waffen craften. Und es wird auch schon wieder dunkel. Aber ich freue mich gerade. Wir haben ein etwas, ja... Ähm... Anderes... Portal gebaut, als es eigentlich sei. Und wenn ich mich nicht mehr so machen soll, aber hey, das sieht trotzdem gut aus. Also kann man nicht sagen, ich habe keine Ahnung. Das passt schon. Wir brauchen Eisen, wir brauchen Stöcke. Na, nehmen wir mal. Nehmen wir mal das. Oder machen wir einfach mal hier. Zack. Machen wir mal so. Zack. Ich schmeiß wieder um mich. Ich weiß, ich schmeiß mit allem um mich, was ich habe. Hehehe. So. Wir brauchen... Wir brauchen auf jeden Fall eine Eisenhacke. Dann nehmen wir gleich mal zwei mit, zur Sicherheit. Dann brauchen wir natürlich ein... Oder machen wir mal... Ne. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier Eisenschwerter. So. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Was war das jetzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Eine Eisenachse brauchen wir nicht. Dafür nehmen wir nochmal hier... Nehmen wir nochmal zwei Eisen... Zwei Eisenspitzhacken mit. Ja, das geht. So. Den Rest, den wir jetzt noch... Was wir jetzt noch hier so am Start haben, werden wir erstmal... Zurücklegen. In die Truhe hinein. Denn ich werde erstmal eine kleine Erkundungstour starten. Ich werde jetzt noch nicht irgendwas bauen im Netat. Das wird sich dann später zeigen. Jetzt lege ich mich erstmal hin. Schlafen. Schön schlafen. Ein neuer Morgen. Ein neuer Morgen. Und jetzt gehen wir in Netat und sterben. Das wäre natürlich das Erste, was passiert. Wir gehen rein und gleich... Werde mir von irgendetwas verbrannt. Boah, das wäre so mies. Das geht gar nicht. Das kann man nicht machen. Oder doch. Hilfe, ich habe Angst. Hallo. Ich dachte, ich höre ein Enter. Man. The Ender, man. So, und jetzt würde ich mal sagen, nehmen wir unsere Eisenstadt. Und werden es probieren, ob wir... Oh Gott. Oh Gott, das war's trinken. Errungenschaft erzählt, wir müssen noch tiefer... Ach, du Heilige. Wo sind wir denn? Ah, 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 ah. Was ist das? Was ist das? Kies. Ja, im Neta gibt es auch Kies. Und die Framerate scheint relativ gut zu laufen. Ja, also wir können hier ja schon mal ein bisschen was abdauen. Und wir sehen schon, hier sind ganz andere Monster am Start als in, ähm, ja, auf der normalen Erde, wie auch immer. Wir sind ja hier in so einer Art, ähm, ich weiß nicht, unter... Also wir sind quasi unter unserer Stadt, beziehungsweise unserer Wohnung, mitten in der Erde vorgestoßen. Werden jetzt hier erstmal eine Runde bleiben, beziehungsweise etwas, ja, Erkundung machen. Ich muss natürlich auf jeden Fall nochmal zurückgehen, um, ähm, um hier Namen, ähm, genau, die Werkbank zu holen, einen Ofen zu holen, damit wir hier auch Nahrung machen können, sammeln können, wie auch immer. Aber mich freut es erstmal, hätten wir doch eine Schaufel craften sollen. Hm, verdammt. Aber mich freut es erstmal an sich, dass wir hier wirklich heile angekommen sind. Da ist schon der erste, äh, Zombie-Mutant. Ich sag jetzt mal Zombie-Mutant, weil die sehen halt sehr stylisch aus. Die haben auch ein goldenes Schwert und hier, äh, äh, das ist ein Zombie-Mutant. Zombie-Schwein, okay, äh, ein Zombie-Schwein und der Höhle, also im Nähtag gibt es auch einige Viecher, die, wah, mag ich nicht so sehr wie hier, weil ich nicht, oh, äh, ja, ihr hört schon, die Geräusche sind auch sehr lustig, beziehungsweise unheimlich und wir haben ein goldenes Schwert. Hey, also wenn das nicht geil aussieht, ne, also wenn das nicht mal nach was aussieht, ich weiß auch nicht. Die Eisen, äh, goldenen Schwerter sind zwar... Oh Gott, hört ihr das? Das ist, das ist eigentlich, wo ich sagen muss, ein Albtraum für mich, denn die Geräusche sind extrem, ah, extrem böse. Also, ähm, sorry, aber... Vor diesen Geräuschen habe ich extrem Respekt, beziehungsweise Schiss, ich sag's gleich mal so. Weil nämlich die Viecher, die die Geräusche machen, sind, äh, nicht gerade die Nettesten der Netten. Es sind eher miese, kleine, ja. Aber ich werde noch mal kurz zurückreisen. Okay, wir sind wieder da. Ja, wir haben die erste kleine Runde im Netter überstanden. Und jetzt gucke ich erst mal kurz, was wir hier noch so haben. Fischenholz. Äh, Quatsch, nein, ich möchte doch keine Holzkohle machen. Was will denn, was will ich denn mit sowas? So, eine Werkbank nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Fleisch braucht man nicht. Wir haben jetzt auch Netterstein. Das heißt, dass wir, ähm, ja, was aus Netter machen können. Und haben hier Netterquartz. Ist auch sehr gut zum Verbauen. Damit können wir sogar hier Säulen machen. Quartzsäulen. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja, Monster, äh, äh, Fleisch, verordetes Fleisch brauchen wir nicht. Goldnuggets haben wir. Ich weiß nicht, ob wir die einschmelzen können. Äh, nee, kommen wir nicht gut. Aber mit den Goldnuggets kann man auch irgendwas machen. Ich weiß bloß noch nicht was. Das werden wir noch rausfinden. Aber wir werden jetzt erst mal eine Schaufel craften. Denn bevor wir wieder zurückgehen, werde ich nochmal... Oh, hier, seht ihr? Wir sind, kaum sind wir ein paar Minuten nicht da. Dann rennen uns hier die Kühe und... Wieso? Äh? W-w-w-w-w-w-w-w-w? Ich hab' ich irgendwo die Tür aufgelassen, oder was? Hallo? Okay. Ich hab' ich irgendwo die Tür aufgelassen, weil die hier alle rumrennen wie die... Verrückten. So, hier hast du ein Ei. Freut dich. So, zack. Oh, es tut mir leid. Ja, natürlich, das Fenster müssen wir auch noch etwas... Geh weg. Kusch, ich habe ein goldenes Schwert. Pass auf, Junge. So, drei Fleisch kriegt man raus. Sehr gut. So. In unserer Abwesenheit machen sich die Tiere selbstständig. Da büchsen die einfach mal aus und denken sich so, ha, der ist nicht da, der kann man jetzt mal hier abhauen. Äh, das ist nicht schön. Irgendwann kommen wir wieder und dann ist unser ganzes Gehege leer und uns um uns herum rennen dann die verrückten Tiere. Ja. Das ist natürlich wunderbar, ne? Das ist wunderbar. Wir brauchen auf jeden Fall viele Schaufeln. Weil wir viel machen müssen. Kohle nehmen wir mal mit, denn wir craften... Oder, ne, Quatsch. Warum neuen craften, wenn wir das einfach so machen können? Oh. Ja, wollte ich schon mal sagen. Hallo Schaf, hallo Schaf. Die Kuh ist zu dumm zum Laufen, oder? Was macht sie? Sie ist... Ja, okay. Also, die Tiere sind alle etwas... Ja. Naja, gut. Ich will damit erstmal nichts mehr zu tun haben. Wir gehen zurück in den Neter. Und ich hoffe, wir werden es überleben. Boah, alter, alter, die Geräusche, die Geräusche. Boah, ich ver... Ich ver... Ich ver... Boah. Ja. Und das werdet... Ihr werdet es lieben. Ich sag mal so, je länger wir hier sind, umso mehr werdet ihr es lieben, dass die Geräusche hier sind. Ich mach jetzt einfach mal aus dem Detail den ganzen Kies weg, hier so weit wie möglich, weil wir kriegen ja dadurch Feuersteine, was uns jetzt im großen Sinne nichts bringt. Wir werden hier erstmal unseren Platz einrichten. Ein Bett kann man hier, glaube ich, nicht bauen, denn wenn wir hier ein Bett bauen würden und würden es benutzen, dann kann es sein, dass uns hier alles in die Luft fliegt. Weil ich habe festgestellt, dass das nicht gut ist, hier ein Bett zu bauen. So. Würde ich mal sagen, machen wir hier erstmal schön Fleisch fertig, ne? Nähter haben wir jetzt genug. Nähter Stein, kann man jetzt nicht viel damit anfangen. Ne? Ne, kann man jetzt nicht, außer hier etwas bauen. So. Würde ich mal sagen, kann man hier noch ein bisschen was machen. Wir müssen natürlich nochmal zurückkehren und uns eine Türe holen. So. Was wir eigentlich, ja, das können wir eigentlich gleich mal machen. So, ein bisschen Freiraum hier machen. Und ich glaube, hier geht es weiter, aber ich habe zu viel Angst hier. Oh Gott. Ist da unten was? herzlich willkommen. Oh, 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 oh. Wir kriegen Besuch, wir kriegen Besuch, wir kriegen Besuch, Leute. Unser Portal ist... Okay, ich fliege mal kurz zurück. поeech, uau, oh, 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 oh. So. Okay, wir sind wieder... Wir sind wieder da und nehmen erstmal eine Türe mit. Ja, du Schaf, du kannst von mir aus da bleiben, wo du willst, so. eine truhe nehmen auch mal mit haben wir ja gleich vorbereitet so weit so hallo du scharf macht doch was ihr wollt ich gehe weg ich gehe nach hause ich muss erst mal gucken ob wir noch ressourcen haben ressourcen ressourcen eine türe das reicht uns nicht wir brauchen mehrere türen was natürlich richtig böse wäre wenn die zombie schweine es sind zombies schweine die möglichkeit hätten uns die türen einzutreten also das haben ich glaube die zombies die normalen zombies sind glaube ich dazu imstande und die tür einzutreten glaube ich zumindest ich weiß es nicht mehr so genau aber die 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 brauchen meist immer an die türe und dann sieht man wie die türe langsam schaden und nun werden wir ohne zu schlafen sind knallhart gehen wir zurück in den meter aufgott ich hoffe wir werden es überstehen da ich habe schweine über schweine ja ist gut ist gut so ganz viele türen lieber immer mehr als zu wenig sage ich immer oh gott so so sieht etwas ja witzig aus sich tausend türen haben wir dran geklatscht die truhe nehmen man natürlich auch noch so zack 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 so ein ambos könnten wir uns auch noch schnell mal kraften müsste relativ ane quatsch wir brauchen wir brauchen ja wir brauchen ja eisen blöcke eisen zeug die sind ja alleine schon wo kessen ja genau hier eisen ja wir können noch mal gucken hier schön die schweinchen angucken hallo du schwein kommst du zu mir kommst du zu mir ich komme hier oh gott habt ihr hat das gesehen habt das gesehen da oben sind sie da oben sind die komischen marshmallow knödel oh gott mich kraut jetzt schon davor hier zu überstehen beziehungsweise hier zu arbeiten im meter in den schrecken von minecraft einem schlimmsten ort überhaupt und ja ich würde mal sagen ab hier mache ich erstmal ein kleines folgenpäuschen wir sind jetzt im meter und werden die restlichen folgen vielleicht auch noch weiterhin im meter sein werden vielleicht ab und zu mal zurückreisen um gegenstände zu holen und ja ich hoffe es hat euch wieder einmal gefallen ihr könnt ihr mal in die kommentare schreiben wie ihr das so findet dass wir jetzt hier im meter sind und ansonsten sage ich erstmal tschüss und ja bis zum nächsten mal ciao ciao